Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein. 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 Fägelein.